Schwarzer Peter ist ein lustiges Kartenspiel, das man mit zwei bis acht Spielern und einem gewöhnlichen Kartenspiel spielen kann. Ziel des Spieles ist, alle Karten auf der Hand abzulegen, indem man Pärchen bildet. Wer immer zum Schluss die übrige Karte, den schwarzen Peter auf der Hand hat, verliert. Bevor das Spiel beginnt, nimmt zunächst die Kreuzdame aus dem Spiel, um eine ungerade Anzahl an Karten zu haben. Verteile nun die Karten und lass jeden Spieler all seine Pärchen offen ablegen. Dann fächert der Geber seine Karten verdeckt auf, sodass der Spieler zu seiner Linken eine dieser Karten auswählen kann. Anschließend fächert dieser seine Karten verdeckt auf, sodass der Spieler zu seiner Linken ebenfalls eine Karte davon auswählen kann. Spielt immer so im Uhrzeigersinn weiter. Sobald du ein Pärchen hast, leg es offen auf dem Tisch ab. Wenn du keine Karten mehr auf der Hand hast, bist du aus dem Spiel. Der Spieler, der zum Schluss die Pikdame auf der Hand hat, hat verloren. 5. Geld 2. 2. Sat